Hallo alle zusammen, heute sprechen wir über die OM1 Mark II. Hier steht sie, das gute Stück. Wurde mir zur Verfügung gestellt von OM System und die geht nachher gleich zum Express Post und geht quasi wieder zurück. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ich das Ganze hier ausprobieren darf. In Kombination mit dem 150 bis 600 mm Objektiv. Eine Kombination vor allen Dingen für Wildlife-Fotografen ausgelegt, also jetzt nichts für ausschließlich Landschaft oder Portraits, schon sehr spezifisch. Allerdings eine sehr interessante Kombination. Und ich durfte das Ganze jetzt einige Wochen testen. Wir haben mich auf Instagram verfolgt, da wird festgestellt haben, ich war damit schon ein bisschen unterwegs, habe damit auch ein, zwei Sachen gemacht. Keine Aufträge, aber vor allen Dingen im Sinne der Wildlife-Fotografie schon eine ganze Menge. Wenn dir dieses Video übrigens gefällt und wenn dir dieses Format gefällt, dann aktiviere gerne die Glocke, abonniere diesen Kanal, da unterstützt du mich für den Algorithmus und dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Vielen Dank. So, soviel zur Transparenz zu OM System. Und es gibt natürlich keine Absprache im Sinne der Meinungsbildung. Ich durfte jetzt völlig hier frei sagen, was ich möchte. Also, fangen wir an. Hier ist hier das gute Stück, die OM1 Mark II, die Nachfolgekamera der OM1 Mark I. Das ist quasi die erste Kamera von OM System. Viele in der Community sprechen ja davon, dass sie ein bisschen traurig darüber sind, dass es hier quasi nur eine kleine Modellpflege gab und keine wirklich neue Kamera. Ich kenne die Vorgängerin nicht. Ich hatte früher schon einige Olympus-Kameras auch so ein bisschen im Test gehabt, klar. Daher habe ich ein bisschen Gefühl dazu. Aber ich muss sagen, die OM1 Mark II reiht sich voll in das Portfolio ein und ist im Grunde so eine typische Olympus-Kamera eben mit den neueren Features, die man heutzutage in den Kameras von OM System drin hat. Lasst uns kurz über die Haptik und die Anschlüsse sprechen und dann sprechen wir über das Thema Bildqualität und was ich damit gemacht habe. Ihr seht, die Kamera ist also außen schwarz und innen nicht schwarz, aber innen Elektronik, also von allen Seiten schwarz. Vorne ist dann der Sensor und hier hinten gibt es ein Display, was du rausklappen kannst und zwiffeln kannst. Hier oben fangen wir an. Hier gibt es ein Modus-Wahlrad, das kannst du locken. Fasst sich sehr hochwertig an. Daneben gibt es Anschlüsse für den Record-Button. Du kannst hier Aufnahme drücken für das Video. Du kannst hier eine Belichtungskorrektur drücken. Du hast hier ein Einstellrädchen vorn dran, vorne und hinten. Sehr schön. Du hast hier oben daneben diesen Blitzschuhanschluss. Du hast dann daneben auf der anderen Seite hier eine Taste für Bracketing, also für verschiedene Bracketing-Möglichkeiten. Und du hast dahinter die Taste für die AF, also für die Autofokus-Modi. Hier gibt es einen kleinen Kritikpunkt von mir. Die Tasten sind sehr schwammig und lassen sich zwar sehr tief reindrücken, allerdings habe ich dann manchmal das Gefühl gehabt vor Ort, ja, drücke ich jetzt die eine oder andere Taste, welche habe ich denn jetzt erwischt? Also da hätte ich mir gewünscht, dass die Tasten dedizierter gewesen wären wie hier drüben, weil die haben einen perfekten Druckpunkt, die hier und die hier oben noch. Alle anderen fassen sich ein bisschen schwammig an und bei einer 2000-Euro-Kamera sollte das funktionieren. Okay. Hier vorne gibt es noch den Anschluss für einen Blitz, wenn du im Studio arbeitest. Hier vorne gibt es zwei Tasten, wo du dir die Vorschau beispielsweise für die Blende geben lassen kannst oder andere Einstellungen. Dann gibt es hier hinten dran die Möglichkeit, dir das Menü aufzurufen, hier noch umzuschalten zwischen Suche und Display. Display und Suche ist sowieso hier. Hier daneben die Autofokus-Tasten, AF-ON, Locking-Funktion beziehungsweise. Dann kannst du hier den Joystick benutzen. Du hast hier ein Steuerkreuz und hast hier unten noch verschiedene Tasten für Info, Play-Button und Mülleimer. Da oben rechts noch die ISO-Taste. Da frage ich mich so ein bisschen, warum man die ISO so dediziert direkt programmiert von vornherein, weil Micro Four Third ist jetzt nicht unbedingt bekannt für das beste Rauschverhalten. Nebenzufolge würde ich mir sowas wahrscheinlich bei der Kamera fix einstellen, weil ich ja weiß, was ich mache. Und im Zweifel doch mal neu programmieren, aber von vornherein ist so ein Thema für sich. Okay. Dann haben wir hier hinten noch das Display. Wie gesagt, das kannst du komplett zwiffeln, nach vorn drehen zu dir. Für alle, die vloggen, sie selbst filmen wollen, ist das ein Thema. Denzufolge gut, dass OM-System das hier integriert hat. Dann haben wir hier unten noch den Akku und zwar das Akkufach. Ich kann das mal öffnen für dich. Der Akku ist nicht zu klein, das ist recht groß, ordentlich groß und laut OM-System ungefähr für 1100 Bilder ungefähr ausgelegt. Wenn du nicht den Wi-Fi-Modus aktiviert hast und die Kamera quasi sich selbst entlädt, selbst habe ich das mehrfach erlebt, die Kamera voll aufgeladen und am nächsten Tag benutzen wollen und dann war sie fast leer. Also den Flugmodus unbedingt aktivieren, wenn du die Kamera nicht mit den verschiedenen Wi-Fi-Funktionen benutzen möchtest, weil der Akku sonst sehr schnell runter geht. Okay, dann hast du hier rechts noch die Anschlüsse für die Speicherkarten, SD-Karten, keine CF-Express. Das heißt, es schont deinen Geldbeutel mit den SD-Karten. Du hast hier rechts noch die Anschlussmöglichkeit für eine Fernbedienung oder Zubehör. Und auf der anderen Seite findest du dann hier oben den Anschluss für das Mikrofon, den Anschluss für die Kopfhörer und den Anschluss für HDMI, Mikro-HDMI. Das heißt, du brauchst einen Adapter für einen externen Monitor beispielsweise und darunter noch USB-C mit Power Delivery. Das heißt, du kannst die Kamera darüber aufladen und unterwegs auch gern noch mit Strom versorgen, wenn du längere Zeit aufnimmst und quasi Angst hast, der Akku reicht nicht. Ja, denke an den Wi-Fi-Modus. Okay, soviel zur Kamera, äußere Haptik und Verarbeitung. Die Kamera hat einen Microphone-Third-Sensor. Das heißt, du hast eine Umrechnung von mal zwei in der Brennweite. Also benutzt du ein 50mm Objektiv, hast du umgerechnet den Betrachtungswinkel von 100mm. Das musst du wissen und das ist auch nicht egal, weil das bedeutet, du musst quasi alles mal zwei nehmen. Ich habe quasi dann hier das Objektiv mit 150 bis 600mm hier benutzt und das sind umgerechnet 300 bis 1200mm. Und 1200mm, das ist eine Menge, auch was Bildstabilisierung betrifft, was Verwackelung betrifft, aber auch was Hitzeflimmern betrifft. Wenn du im Sommer draußen Wildtiere fotografierst, das solltest du wissen, um dementsprechend wirklich sehr früh an den Spots zu sein, um Hitzeflimmern quasi nicht im Bild zu haben. Das ist ein Thema, weil viele wissen das nicht oder bedenken das nicht, wenn sie losziehen, das erste Mal Wildtiere fotografieren wollen, vielleicht mit diesem Setup und dann sich ärgern, dass die Bilder quasi unscharf aussehen und das Hitzeflimmern auf dem Bild zu erkennen ist. Microphone-Third mal zwei also und der Sensor hat eine Auflösung von 20 Megapixeln. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, weil 20 Megapixel, das ist für den Druck nicht viel. Ich verwende standardmäßig für den Druck mindestens über 30 Megapixel, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Klar, mit Zuschnitten und so weiter bleibt nicht zu viel übrig, aber es hat einen Grund, weshalb ich die Sony A7R5 zum Beispiel benutze oder die Canon R5 benutze, weil mir hier deutlich mehr als 40 Megapixel zur Verfügung stehen. In der Regel auch noch zugeschnitten habe ich genug Megapixel über, um gerade bei Drucken wirklich hochwertig und gut drucken zu können. Ich will das hier nicht in Frage stellen mit dieser Kamera, aber es kann ein Thema werden, weil Rauschverhalten und Auflösung hier bei diesem Sensor jetzt nicht mit Vollformat oder APS-C vergleichbar ist. Nur, dass du das weißt im Vorfeld, das muss man einfach bedenken, wenn du dir die Kamera zulegst, um auch großformatig drucken zu können. Im Zweifel leihe sie dir aus, mach deine Testfotos, geh sie vielleicht vorher auch drucken, um zu wissen, okay, du kannst damit so drucken, wie du das möchtest. Aber gerade für Magazine oder hochwertige Drucke hat es schon seine Begründung, weshalb man dort eher wirklich höher auflösende Bilder im Vorhinein möchte. Soviel zur Auflösung des Sensors. An und für sich ist die Kamera natürlich sehr performant, hat einen sehr guten Autofokus, hat eine sehr gute Motiverkennung und die ist mindestens auf Sony A7R5 Niveau, finde ich, was die Motiverkennung betrifft, aber nicht, was den Autofokus betrifft. Denn, wenn ich im Grastief liege und Wildvögel fotografiere, dann war er ein bisschen erstaunt, negativ erstaunt, dass mir der Fokus zu oft nicht fokussiert hat, obwohl er das Motiv erkannt hat. Also du musst dir vorstellen, ich sehe den Wildvogel oder die Taube, die ich fotografieren möchte und Tauben sind halt schon recht große Vögel in der Wiese. Ich liege in der Wiese quasi, fotografiere den Vogel, wie dieses Bild hier zum Beispiel, und der Sensor erkennt den Vogel quasi mit Kopf und mit Auge, fokussiert aber nicht darauf und bleibt stattdessen im Vordergrund im Gras hängen. Und das mehrfach. Und das so oft, dass ich frustriert bin und quasi mit dem Punkt Autofokus auf das Tier fokussieren muss. Das funktioniert natürlich tadellos und dann weiß er, was ich möchte. Das ist ein bisschen problematisch. Also da frage ich mich, was da passiert ist. Also der OM-System, da empfehle ich euch wirklich mit einem Update nochmal nachzufixen, einfach um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich denke, das ist ein Software-Problem und kein Problem, was die Kamera an sich grundsätzlich hat. Und ich denke, das kann man beheben und dann einfach das Thema aus der Welt schaffen und dann ist gut. Weil wenn das so wäre, wäre es wirklich super. Die Kamera erkennt wirklich super zuverlässig Flugzeuge, Menschen, Tiere, Augen sowieso und was du eben eingestellt hast. Also das klappt so gut. Und dann ist es schade, wenn die Kamera eben nicht selbst scharf stellt. Ich habe auch Flugzeuge fotografiert. Die hat die Kamera natürlich perfekt auch erkannt. Warum auch immer bei den anderen nicht. Aber da war auch nichts im Vordergrund. Das hat auch das Thema. Hat sofort erkannt, was los ist. Hat sofort scharf gestellt und konnte auslösen. Perfekt. So wie du das möchtest und so wie du es tatsächlich auch voraussetzt bei einer 2000-Euro-Kamera. Das muss ich immer noch mit erwähnen, weil 2000 Euro für den Neubody, das ist ein Thema, auch was die Preisplatzierung der Kamera betrifft. Das heißt also, bei den Fotos kannst du einen Check machen, wenn es dir um Autofokus von Flugzeugen geht, von Menschen geht und von Wildtieren, die du gut sehen kannst, wenn nichts im Vordergrund ist. Motiverkennung ist sowieso tiptop bei dieser Kamera. Dann ist es so, dass die Kamera natürlich nicht das beste Rauschverhalten hat, was du im Vergleich zu Vollformat siehst. Es ist zwar ein unwerter Vergleich, allerdings möchte ich ihn gerne noch dazu sagen, denn Vollformat ist bei dieser Preisklasse schon dann ein Thema und Vollformat-Kameras könnten zwischen recht gut fokussieren, auch für 2000 Euro schon und die stehen schon in Konkurrenz auch mit dieser Kamera und die haben dann einfach das bessere Rauschverhalten. Deshalb empfehle ich dir diese Kamera eher im ISO-Bereich bis maximal 3200 zu benutzen. Klar, 64 geht auch noch und höher geht natürlich auch noch und man kann auch die Bilder im Nachhinein entrauschen mit verschiedenen Plugins, über Lightroom beispielsweise oder Topass. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das funktioniert auch recht gut. Allerdings verlierst du trotzdem Details im Bild. Das musst du einfach wissen. Von so her, wenn du so bist wie ich, dass du gern von vornherein auch gutes Ausgangsmaterial haben möchtest, empfehle ich dir die Kamera eher im Low-ISO-Bereich zu verwenden, weil sie im High-ISO-Bereich, meine Begriffe, nicht so abliefern kann, wie du es von APS-C beziehungsweise von Vollformat wahrscheinlich gewohnt bist. Und als Zweitkamera wirst du dir wahrscheinlich die Kamera nicht kaufen, denn wenn schon eher als deine Erstkamera und dann wirst du schon die beste Qualität abrufen wollen. Okay, soviel zu Foto, Video kannst du ja natürlich auch sehr gut, du kannst verschiedene Sachen dir einstellen, du kannst die Kamera im 4K, im Codec 264 oder 265 benutzen, was du möchtest, geht da wirklich alles einzustellen. Du kannst im Log-Profil filmen, du kannst perfekt auch sehr gut einen ND-Filter einsetzen, das geht da bei den meisten Kameras nicht heutzutage, also in der Kamera, nicht am Objektiv, in der Kamera kannst du einen ND-Filter benutzen, das ist wirklich richtig gut. Und du kannst quasi einen ND-128, also nicht ND-64 bei der Vorgängerin, sondern bis zu ND-128 verwenden, das heißt, du kannst quasi nochmal die doppelte Abdunklung quasi verwenden und du kannst nicht nur einen ND-Filter normal benutzen, intern, sondern auch einen Verlaufsfilter und das ist natürlich der Knaller, weil du, gerade wenn du draußen bist und am Meer vielleicht fotografieren möchtest, jeder kennt das, Sonnenaufgang am Meer oder Sonnenuntergang, der Himmel ist noch zu hell, aber das Wasser möchtest du trotzdem sehr lange belichtet haben, dann ziehst du in der Regel einen Verlaufsfilter vorn dran, den du draufschraubst und dann draufsteckst und hier kannst du intern in der Kamera deinen Verlaufsfilter ansetzen und anlegen, so wie du ihn brauchst und fotografierst quasi mit ND-Filtern nativ, ohne etwas kaufen zu müssen extra. Also das ist wirklich eine Funktion, die muss man nochmal positiv hier besonders hervorheben. Wünsche ich mir bei allen Kameras, weil das ist definitiv eine Software-Sache und nichts von Kameraherstelleransicht, sondern wirklich etwas Software-seitiges, was man tatsächlich auch nachrüsten könnte. Und die Kamera kann das wirklich richtig gut. Also lässt sich auch zum Fotografieren und zum Filmen benutzen. Dann ist es so, dass die Kamera, ich habe es gerade eben gesagt, ganz am Anfang einen sehr ausdauernden Akku hat, das heißt, du kannst mit knapp über 1000 Bildern echt eine ganze Menge durchhalten. Meine Canon beispielsweise im Vollformat-Bereich, die kann zwischen 300 und 500 Bilder durchhalten mit einem vollen Akku, je nachdem, wie intensiv ich fotografiere oder eben filme. Und die Kamera kann fast das Doppelte und das ist echt eine Ansage an allen anderen Herstellern. Über 1000 Bilder im spiegellosen Segment, das ist wirklich eine Ansage. Ich weiß nicht, ob das die Referenz ist, aber es ist eine ganze Menge und ich denke, wenn du Angst hast, dass dir ein Akku leerlaufen könnte, im Zweifel nimmst du einen zweiten mit und da kommst du wahrscheinlich über das ganze Wochenende hin, weil der Akku so gut ist und so lange durchhält. Soviel zur Kamera an sich. Ich habe tatsächlich noch einen Nachtrag dazu. Ich möchte aber erstmal das Objektiv noch dran schrauben, damit du auch siehst, wie die Kombination zusammen aussieht. Und so habe ich das Ganze benutzt. Ich schraube mir sie mal ran hier. Also 150 bis 600 Millimeter sind also, wie ich vorhin sagte, 300 bis 1200 Millimeter und ich muss das Objektiv quasi freischalten. So ist es gelockt. Ich kann es nicht drehen und erst wenn ich es nach hinten ziehe, dann kann ich das Objektiv rausfahren. Hier gibt es noch eine Gegenlichtblende und die ist auch sehr hochwertig verarbeitet. Und das Objektiv erinnert mich so ein bisschen an die Sigma Objektive. Also ich finde, es sieht aus wie ein Sigma Objektiv und es fasst sich auch so an. Vielleicht haben sie damit mit Sigma zusammengearbeitet. Auf jeden Fall fasst es sich so an, wie die neuen Sigma Objektive, die es für Sony gibt, gerade hier mit diesem Function Button, den du frei belegen kannst. Sehr gut, qualitativ wirklich sehr, sehr, sehr gut verarbeitet. Es ist nicht nur aus Plastik, schon mit Material aus Metall zum Beispiel verarbeitet. Und klar, es ist auch eine rechte Luftpumpe, gerade wenn ich sie so rein und raus schuhe, dann merke ich die Luft, die sie rein und raus bläst. Aber es ist ein sehr gutes, hochwertiges Objektiv. Es liefert eine sehr gute Bildqualität. Ich habe dir jetzt, wie gesagt, einige Bilder eingeblendet, die alle mit diesem Objektiv gemacht worden sind. Und da muss ich sagen, wenn du jetzt nicht unbedingt das ganz große weiße Objektiv, die weiße Königin, 150 bis 400 Millimeter kaufen möchtest mit knapp 7000 Euro, dann ist das definitiv die Empfehlung an dich, wenn du sagst, du möchtest Wildtiere fotografieren und möchtest eben in diesem Equipment unterwegs sein, dann ist das auf jeden Fall die Empfehlung für mich an dich, in die Richtung mal zu schauen, weil das definitiv eine sehr gute Kombination ist, was Autofokus betrifft in diesem Preissegment, aber auch was Bildqualität betrifft. Das Ganze wiegt, ich habe es vorhin nachgemessen, alles zusammen mit Gegenlichtblende und so weiter und so fort, mit Akku und Speicherkarte 2880 Gramm, also knapp unter 3 Kilogramm und das ist halt nicht mehr leicht. Das muss man auch ehrlicherweise mit erwähnen, das ist nicht mehr leicht. Ob ich dann jetzt unterwegs 3 Kilo mitschleppe oder 3,2 Kilogramm und Vollformat hinten dran habe, macht für mich meistens keinen Unterschied mehr, weil die Kamera, wenn sie so groß und schwer ist, eher im Rucksack liegt oder dementsprechend hier so getragen wird, hier an diesem Stativanschluss, sodass es quasi fast keinen Unterschied macht, wie schwer die Kamera ist und das ist so ein Kritikpunkt von meiner Seite jetzt an OM-System, es ist halt ein sehr schweres Objektiv und ich sehe keinen Unterschied zu dem APS-C oder Vollformat Objektiven, was das Gewicht betrifft, da hätte ich mir gewünscht, dass das Objektiv leichter ist, um wirklich nochmal zu sagen, okay, ich habe Micro Four Thirds, kleine leichte Kamera, kleines leichtes Objektiv und kann echt super klein und kompakt mit diesem Equipment Wildtiere fotografieren beispielsweise draußen und klar passt das noch in den Rucksack rein, so reingezoomt passt es noch in den Rucksack rein, komplett, aber auf längere Touren wirst du es wahrscheinlich in den Rucksack legen müssen, weil sie dann einfach auch zu schwer wird irgendwann. Von so her kann OM-System vielleicht darüber nachdenken, vielleicht eine Variante rauszubringen, die etwas leichter verbaut wurde, weniger Metall dran vielleicht, mehr Kunststoff. Aber trotzdem kratzfest und hochwertig, sodass man das Ganze nochmal leichter baut. Eine Sache ist mir in der Bedienung aufgefallen und zwar ist es so, dass ich in dieser Kombination in der Regel alles am Objektiv einstellen möchte. Und da bin ich froh und dankbar, dass es hier einen Function-Button gibt, weil da kann ich beispielsweise die Autofokus-Settings drauflegen und sagen, ich möchte jetzt nur einen Kasten haben oder nur Augenautofokus oder jetzt ein breites Feld. Das ist ziemlich gut, da kann ich hier rumschalten und muss quasi die Kamera hier nicht loslassen. Ich kann durchschauen und habe meine Hände hier an dem Objektiv, je nachdem wo und in welchem Format und kann über die Taste selbst entscheiden, jetzt möchte ich auf jeden Fall diese Funktion auslösen. Und ziemlich cool bei OM jetzt ganz neu ist, dass du dir alle Tasten nicht nur meistens frei selbst belegen kannst, du kannst auch deinen Ein- und Ausschalter neu belegen. Das ist echt ein Novo, weil die meisten Kameras bieten das nicht. In der Regel bist du gezwungen, hier den Ein- und Ausschalter hier oben dran zu benutzen und es gibt keine andere Taste, die du dementsprechend belegen kannst. Und hier kann ich mir auch hier über diesen Schalter, ich hoffe, ihr könnt es sehen, kann ich hier auch Ein- und Ausschalter drauf programmieren, sodass ich quasi die Kamera aus dem Rucksack nehmen kann. Meine Hand geht rechts hier dran an den Griff, der sich sehr gut anfasst. Ich kann rechts hier ein- und ausschalten, ich kann hier unten auf den Mülleimer die Menü-Taste drauf programmieren oder eben was anderes und kann quasi die Kamera komplett mit der rechten Hand hier einhändig bedienen mit dem Daumen, habe den Joystick und kann so fotografieren und habe noch zusätzlich einen Function-Button auf diesem Objektiv. Und das ist schon, also das macht diese Kombination wirklich zu einer Waffe, wenn es darum geht abzuliefern, wenn du Wildlife-Fotografie machst, vielleicht sogar auf Auftragslage oder wenn du Momente hast, die selten wiederkommen, dann ist das wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Kombination und diese Art der Programmierung kann ich zum Beispiel weder bei meiner Sony noch bei meiner Fuji oder bei meiner Canon vornehmen. Also das ist wirklich eine richtig gute Kombination, wo du dir die Kamera und alles anpassen kannst, sodass du quasi selbst losziehen kannst und weißt, die Kamera ist auf dich geeicht. Mit all den Funktionen und Buttons funktioniert sie für dich am besten und eben nicht, wie sie der Hersteller noch vorgegeben hat. Du kannst auch noch weitere Tasten frei belegen. Klar, das geht hier alles recht gut. Aber das sind so die zwei Tasten, die mir dann später aufgefallen sind. Den Ein- und Ausschalter neu belegen zu können, das ist halt echt ein Novum. Also das wünsche ich mir von allen Kameraherstellern. Bitte, 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 wenn es denn geht. Klar, wenn du noch einen Schalter irgendwo hast, das ist schon ziemlich gut, wenn man das selbst einstellen kann, weil das ist wirklich ein Gamechanger, wenn es darum geht, die Kamera schnell und effizient benutzen zu können. So, und das bleibt ein bisschen abschließend. Die Frage, für wen ist die Kamera geeignet und wen sehe ich als Zielgruppe? MFT ist und bleibt auch ein emotionales Thema und ich denke, in den Foren wird das auch weiterhin so bleiben, weil es gibt viele Gründe, auch physikalisch, die im Grunde dagegen sprechen, so eine Kamera zu benutzen, wenn du auf Aufträge, also für Geld arbeitest, beziehungsweise wenn du viel im Lowlight-Bereich unterwegs bist oder eben deine speziellen Objektive und Vorlieben hast. So, wie sage ich das jetzt am besten? Also es ist so, dass ich die Zielgruppe nicht im hochprofessionellen Sinne sehe, außer du hast natürlich dann die weiße Königin mit 150 bis 400 Millimetern, die eben klar nochmal mehr zur Buche schlägt im Geldbeutel, aber eben nochmal deutlich performanter im Autofokus ist und auch einfach eine Bildqualität nochmal ein bisschen besser abliefern kann als diese Kombination. Okay, dann sehe ich das schon im Profibereich. Oder eben, wenn du sehr viel Tiefenschärfe im Bild haben möchtest und dich Freistellung eher ein bisschen stört, auch im Bild hier fotografieren, wenn es dich eher stört, dann ist das natürlich auch so ein Thema, wo du darüber nachdenken solltest, ob OM vielleicht etwas für dich ist. Ich sehe es nicht für Hochzeitsfotografen und ich sehe es auch nicht für Menschen, die generell damit auch mit dem Videobereich ihr Business, ihr Geld damit verdienen wollen, weil du einfach in den Freistellmöglichkeiten eher eingeschränkt bist. Und auch im Portrait-Bereich sehe ich Olympus und OM, sorry, OM-System eher weniger, weil du im High-ISO-Bereich und auch mit den Objektiven, die sie anbieten, nicht so aufgestellt bist wie mit der günstigsten Vollformat-Variante. Und ich denke, es hat einen Grund, weshalb OM-System vor allen Dingen viele Teleobjektive anbietet, weil sie erkannt haben, ja, dieser Wildlife-Bereich, das ist eben unser Tanzbereich und da sehen wir uns und da können wir auch recht gut liefern. Und das ist so ein bisschen die Zielgruppe, die ich da sehe. Ich sehe die Zielgruppe vor allen Dingen bei denen, die im noch bezahlbaren Bereich ihre Videofotografie machen möchten, die damit anfangen möchten. Und du bist in dieser Kombination besser als mit einer sehr günstigen Vollformat-Kamera, die einen langsamen Autofokus hat, die das Tracking nicht so gut kann, die Motiverkennung nicht so gut kann, weil du müsstest im Vollformat-Bereich mindestens auf die Sony A7IV gehen. Die passt natürlich im Preissegment recht gut dazu. Um die 2.000 Euro liegt die Sony A7IV, je nachdem wann und wo du sie kaufst, gebraucht, neu in einer Aktion. Und die kannst du schon mit der OM 1 Mark 2 schon messen. Also ich denke, dass das Tracking bei der Sony A7IV nicht ganz so gut ist wie bei der OM. Klar, da ist die OM einfach nochmal besser. Allerdings, wenn du weißt, die Kamera einzusetzen und wenn du recht gut mit dem Autofokus klarkommst, könnte die Sony die bessere Wahl sein, wenn du geeignete Objektive da dran hast. Also wenn Größe nicht so die Rolle spielt, Gewicht, weil das ist dann schon nochmal schwere Vollformat-Objektive und größer, dann wäre Vollformat wahrscheinlich eher für dich empfehlenswert. Wenn du aber sagst, ich möchte doch auf dieser Größe bleiben, ich habe vielleicht schon ein, zwei Olympus- oder MFT-Objektive, weil da gibt es ja auch einen recht großen Objektivpark, auch im Gebrauchtbereich, dann bist du mit OM besser aufgestellt, weil du es einfach weiter verwenden kannst, weil du weißt, was du hast und was du bekommst. Und dann macht es keinen Sinn, komplett neu in ein System zu investieren. Klammer auf, es sei denn, du willst unbedingt in den Vollformat-Bereich einsteigen, wegen gewissen Low-Light-Performance-Geschichten und so weiter. Dann macht das durchaus Sinn und da sehe ich vor allen Dingen, ich sage mal im Bereich Sony A7 IV, dann schon die deutlich klare Konkurrenz zu dieser Kamera und die hat natürlich auch ihre Vorteile, vor allen Dingen eben im ISO-Verhalten und auch im Freistellverhalten. Ja, also wenn ich jetzt auf 300mm, selbst das Sony 200-600mm verwende und zoome dort auf 300mm rein, an einer Sony A7 III kann ja auch sein, mit der etwas älteren Kamera und nehme hier die 300mm zum Vergleich, dann habe ich mehr Freistellungspotenzial. Bereits ab diesen 300mm bin längst noch nicht am Ende des Objektivs. Also das musst du einfach wissen, Freistellung und ISO-Performance, das ist und bleibt weiterhin physikalisch auch vor allen Dingen dem Vollformat eher vorbehalten, da noch besser abzuliefern im Sinne von, das ist technisch besser freigestellt, das sieht auch einfach freigestellt besser aus, wenn du das möchtest und du hast zum Teil die etwas bessere Bildqualität mit dem besseren Auflösungsverhalten für spätere Nachbearbeitung, dann lohnt sich eher der Blick in Vollformat. Wenn das alles für dich keine Rolle spielt, dann unbedingt bei OM-System vorbeischauen. Es gibt auch des öfteren Rabattaktionen. Gerne mal dort vorbeischauen, da gibt es hin und wieder mal die Möglichkeit, günstiger das Equipment sich zu kaufen und es kann sich lohnen, wenn das aus den besagten Gründen, wie gerade eben genannt, für dich eine Rolle spielt. So, ich hoffe, ich konnte jetzt ein bisschen Lust machen, das System zu entdecken. Ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen zeigen, was ich damit gemacht habe. Ich hoffe, ich konnte vor allen Dingen aber auch dir einen Mehrwert bieten, indem ich dir erzählt und gezeigt habe, was ich mit der Kamera gemacht habe, wofür sie für meine Begriffe geeignet ist und ich hoffe, ich konnte dir doch zeigen, wo die Vor- und Nachteile sind. Wenn es der Fall ist, lass gerne einen Daumen hier für dieses Video, abonniere meinen Kanal. Vielen Dank an diese Stelle und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!